Ich weiß nicht, ob ich damit alleine bin, aber ich habe das Gefühl, dass Reviews einfach vollkommen irrelevant geworden sind. Ich habe wie wahrscheinlich viele, viele andere Tech-Youtuber, werde ich jetzt mal dazu sagen, auch angefangen mit diesem Kanal als Making-of-Kanal zum einen, aber zum anderen auch für Reviews. Für Reviews. Und ich war total angetan von Philipp Blum und seinen riesigen Reviews zu Kameras wie der FS7. Das war damals für mich die Mutter aller Reviews, aber die Zeiten sind vorbei. Wir sind hier in der komfortablen Situation, dass wir auch einiges an Zeug geschickt bekommen, zumindest immer mal wieder. Ich habe zum Beispiel hier dieses Produkt in die Kamera. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Lampe geschickt bekommen. Supergeil, ich liebe Lampen, ich liebe alles, was mit Lichtsetzung zu tun hat. Und damit ich auch wirklich von Anfang an weiß, was mich erwartet, gucke ich mir dann auch direkt ein paar Reviews an von anderen Leuten. Und die sind mittlerweile alle enttäuschend. Die Hersteller sind natürlich nicht blöd. Die schicken das an zig Leute. Die wissen, dass die irgendwie das Produkt in die Kamera verhalten, das Tagsheet vorlesen und dann sagen, wie toll das Ding ist. Wahrscheinlich auch aus schlechtem Gewissen heraus, weil sie es ja geschenkt bekommen haben, dass man jetzt was Positives sagen muss. Und dann findet man zu jedem Produkt tausend Videos, die alle den gleichen Inhalt haben. Und das ist dann zum Problem, wenn der Inhalt inhaltslos ist. Und diese ganzen inhaltslosen Reviews nehmen mir total die Lust, selber Reviews zu machen, weil ich denke, ich möchte eigentlich nicht dazugehören. Stattdessen denke ich mir, ich will eigentlich lieber was total Sinnvolles machen. Und werde deswegen diese Lampe nicht heute. Ich weiß, es ist ein bisschen eine Enttäuschung, aber wenn ich sie review, dann werden wir es richtig tun und ein bisschen Einsatzmöglichkeiten zeigen, weil die Lampe auf eine Wand richten und zeigen, dass sie hell ist. Ich weiß nicht, was das für eine Relevanz für das echte Leben hat. Ich weiß nicht. Geht's denn um mir so? Bin ich der Einzige, der inzwischen so ein Review, so eine Abneigung dagegen hat? Man hat ganz oft einfach nur Leute, die sitzen einfach in der Draune, erzählen einfach über das Produkt. Und die einzigen Bilder, die sie dazu zeigen können, sind, wie sie im gleichen Raum das Produkt benutzen. Aber was ich darauf wissen will, ist Real World Value. Wo sind die Grenzen? Bis wohin kann ich das Ding pushen? Ich möchte nicht den ganzen Vlog hier jetzt nur als Review Rant benutzen. Aber vergesst nicht, dass Reviews mittlerweile einfach nur noch eine Verkaufsshow geworden sind, wo es darum geht, euch das Ding schmackhaft zu machen. Weil ich glaube, man kriegt schnell das Gefühl, dass wenn man was geschenkt bekommen hat, muss man ja positiv darüber sprechen. Deswegen achtet immer drauf, ob ihr das Gefühl habt, dass die Person, die euch irgendwas reviewt, die Sachen wirklich eingesetzt hat oder vielleicht einfach nur ausgepackt und direkt benutzt hat. Weil alle diese Sachen, wenn man sie auspackt, müssen funktionieren. Das ist klar. Die Frage ist, wie verhält sich es gerade bei günstigen Low-Budget Sachen nach ein paar Einsätzen? Boah, der Joscha schneidet gerade das schlimmste Projekt der Welt. Was schneidest du da, Joscha? Das ging scheiße. Ich schneide deinen Geblubber für das Making-of vom aktuellen Venues-Performance-Video. Nur hast du das hier in irgendein RTL-Projekt reingeworfen, jetzt habe ich das Audiozeug geschnitten. Ich weiß jetzt gar nicht, was du damit machen soll. Einfach exportieren und an Lisa schicken. Super. Danach habe ich, glaube ich, Feierabend, weil ganz ehrlich, heute ist irgendwie nix los. Wir gehen von einem Gespräch ins nächste. Aber das hat nie was mit Arbeit zu tun. Wir haben, glaube ich, drei Stunden hier Philosophiestunde gemacht bis zur Mittagspause. Dann wurde einfach anderthalb Stunden weiter philosophiert. Dann habe ich fünf Minuten so getan, als würde ich das hier schneiden. Dann kam Pete. Es ist jetzt halb vier. Wer ist denn Pete? Der Pete ist Oberbeleuchter und hat Operation Burning Sun mit uns gemacht. Und da haben wir ihn zum ersten Mal kennengelernt so richtig am Set. Und mittlerweile teilen wir uns sogar ein Lager miteinander. unser Licht- und Techniklager. Nice. So, das kannst du mal hier durchführen. Wat ein Vorhaben, ey. Das war jetzt irgendwie der dritte Versuch, diese scheiß Aufsprechertexte zu machen. Ich bin wirklich sehr schlecht darin. Was machst du gerade? Äh, ich kümmere mich gerade um die Audioaufnahmen von Marius und versuche die in das jetzige Projekt so einzuklegen. Das Traurige ist, Lisa, es ist ab morgen mal wieder in der Schule. Ich kenn's nicht. Okay, abseits davon, es war ja relativ ruhig hier in letzter Zeit. Wir haben irgendwie nicht so viel gedreht. Es war ein bisschen Sommerpause im TV-Bereich. Jetzt langsam geht das alles wieder dem Ende entgegen. Also es läuft jetzt wieder, die Produktion läuft jetzt wieder an. Ich habe jetzt noch ein paar Tage Urlaub und dann ist wirklich mit dem Sommer vorbei. Abseits davon, dass wir ohnehin kein Sommerwetter haben. Aber was jetzt langsam kommt, sind wieder die Anfragen und das ganze Getue und Gemache. Deswegen sind wir gerade wieder sehr viel am Angebote schreiben. Was jetzt so eine Zeit lang nicht passiert ist. Und jetzt geht's wieder los. Ich weiß gar nicht. Ich bin gerade so ein bisschen im Labern. Das hat irgendwie keine große Relevanz. Ich wollte nur sagen, wir schreiben jetzt Angebote hier gerade. Bevor du gehst, was ist deine Meinung zu Reviews? 2014 oder so, was ging das für mich so los, als ich das geguckt habe? Und da ist, glaube ich, der Markt noch nicht so auf die Stiche gekommen, dass man die Leute ja einfach so ein bisschen schmieren kann mit Produkten und so. Und damals kam mir das noch ein bisschen realer vor. Und mittlerweile bin ich mir einfach nicht mehr so sicher, wie sehr man den Aussagen da vertrauen kann. Erstens habe ich oft das Gefühl, dass die Leute das Material gar nicht richtig testen, sondern für zwei Tage in der Hand halten. Dann kommen so Aussagen wie, ja, ist echt eine stylische Kamera oder sowas. Gerade bei den Leuten, die dann so ein bisschen davon leben, muss man sich halt auch fragen, können die noch eine wirklich authentische Meinung wiedergeben? Weil die wollen auf gar keinen Fall ihre Sponsoren verlieren. Und man muss auch sagen, ich bin auch häufiger auf so einen Scheiß reingefallen. Also wenn ich mich hier so umschaue in diesem Schrotthaufen, hier sind durchaus Sachen, wo ich im Nachhinein sagen muss. Das war einfach kacke. Und da habe ich mich auch von einem richtigen Reviews belabern lassen. Wir haben tatsächlich vorher darüber gesprochen, ob wir unseren Lagerbestand, unter anderem der, der hier ist, als auch der Stuff, der noch drüben ist, den wir loswerden wollen, in so einer Live-Show loswerden wollen. Verschenken. Ja, das wäre wirklich so eine Art, wir gehen einfach mal alles durch. Und man kann das live dann für Versandkosten übernehmen. Das wäre eigentlich das Coolste. Bock hätten wir da drauf, weil das sind halt Sachen, mit denen wir nichts mehr anfangen können. Die wären aber viel zu schade, um sie wegzuwerfen, haben nicht mehr genug Wert, als dass wir da bei Ebay jetzt reich mit werden. Aber die können vielleicht noch irgendwo anders ein schönes Lebensende genießen. Lebensabend. Lebensabend. Das Ganze wird wahrscheinlich irgendwie im September stattfinden, weil ich bin jetzt erstmal noch ein paar Tage im Urlaub, dann haben wir ein paar Dreharbeiten und dann haben wir hoffentlich Zeit dafür. So, keep on the watch. So sagt man das. Jascha, du bist raus? Ich bin raus. Geht zur Bandprobe. Leute, wenn ihr nichts zu tun habt am Freitag, den 20.08., dann kommt ihr auch nach Monau und schaut zusammen mit Lisa euch die geilste Band der Welt an. Backseat Alley. Tschüss. Ich gebe auch Autogramme, das ist gar kein Thema. Wow. Das kann doch gar nicht gehen. Ich wollte eigentlich noch so eine LED-Punze mitnehmen. Das war ein sehr laberlostig, ein sehr laberlastiger Vlog, aber es war auch ein sehr laberlastiger Tag. Aber? Hat's gelohnt, würde ich sagen. Für dich schon. In allerlei Hinsicht. Auch für dich nicht? Okay. Ja klar, Alter. Mir tut das immer gut, wenn ich meine eigene Stimme höre. Hat der schon ein Hashtag? Hashtag entsprechen definitiv laberlastig. Hashtag laberlastig. Es wäre kein echter Vlog von mir, wenn er nicht an der lauten Straße enden würde. Lisa, du als junger Mensch guckst du Reviews noch an? Seitdem ich bei euch arbeite, nicht mehr, weil ich die eigentlich so live vor Ort immer erlebe. Nice. Aber es hat mir sehr viel gebracht in den letzten Jahren, sich Reviews anzugucken. Und sei es nur, sich das Produkt nicht leisten zu können, aber zu denken, dass man es unbedingt braucht, um Cooler-Macher zu werden. Deshalb war ich anfangs ein bisschen enttäuscht, dass jetzt durch die Vlogs keine Reviews von dir mehr kommen. Weil ich fand den Unterschied zu anderen Leuten, die Kameras und Equipment reviewt haben, bei dir immer sehr gut, dass du halt Nachteile klärt hast. Du weißt, welcher Witzes kommt, ne? Ja, ja. Hier ist deine Bezahlung. Tschüss, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Aber ich glaube auch, dass die Zuschauerschaft viel zu unkritisch meistens reingeht und sich denkt so, ah, der weiß, wovon er redet, der macht YouTube-Videos, hey, der hat irgendwie eine Softbox. Und ich glaube, das ist ein Ungleichgewicht auf beiden Seiten. Nice. Good point, Lisa. Am Ende ist es, das lohnt sich. Wann sehen wir dich wieder im Vlog? In drei Wochen. Aber ich schaue zwischendurch mal wieder rein. Nice. Und dann sieht man sich. Tschüss, Lisa. Ciao, ciao. Schönen Urlaub, wollte ich fast sagen. Viel Spaß in der Schule. Ah, danke, danke. Dir einen schönen Urlaub. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Na ja, wie dem auch sei, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was ihr zum Thema Review denkt. Ich mache jetzt tatsächlich erstmal ein paar Tage Urlaub, wo ich nicht vloggen werde. Ja, dann sehen wir uns in ziemlich genau einer Woche wieder. Wer den Kanal nicht kennt, darf natürlich gerne abonnieren, Kommentar schreiben, liken, sich auf die nächsten Reviews freuen. Ja, hier gibt es so fünf Videos die Woche im Normalfall. Daily Vlogs, Out of Filmmaker Life. Ich glaube, mehr habe ich nicht zu sagen. Vielen Dank, bis nächste Woche. Tschüss. Im letzten Vlog gehe ich mit drei Pflanzen nach Hause. Im heutigen Vlog gehe ich mit einer Kaffeemaschine nach Hause. Lisa nimmt die Supercelli aus meiner Nacht. Ja, genau. Ich baue die Supercelli im Keller nach. Mach dir die Tür wieder auf. Vielen Dank.